Am ältesten Ort Berlins, dort wo seine erste Kirche stand, wollen wir in die Zukunft blicken. Auf die Fundamente der alten Kirche bauen wir ein völlig neuartiges Gebäude, das House of One. Es wird ein Bet- und Lehrhaus sein, in dem drei Religionen wohnen. Eine Synagoge, eine Kirche, eine Moschee unter einem Dach. Ein Raum des Gesprächs miteinander und mit allen Menschen guten Willens. Im House of One werden Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung zu Hause sein. Und Berlins Urort wird Zukunft gewinnen.